Hallo, du? Ja. Schnee, 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 genial. Also jetzt danach Neighbor und Regen und kein Sonnenschein und Eis und Frost und ein leicht angezuckertes Auto. Ja, es geht jetzt gleich los, wir werden eine Runde spazieren gehen und Fotos und Videos machen im Schnee perfekt. Ja, lasst euch überraschen, das Video kommt vielleicht heute oder morgen online, mal sehen. Also lasst euch überraschen, bis später, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hallo, hallo und herzlich willkommen aus dem verschneiten Wald. Perfekt heute. Heute mal ein Fotospaziergang im Schnee. Ich schaue ein paar Jahre her, dass es endlich Schnee gab. Herrlich. Perfekt. Ja, however, nicht lange quatschen. Ich gebe wieder ein paar Fotos und Videos von einem Schneespaziergang. Viel Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.